Es ist ein voll ausgestatteter Pool mit zwei Jetpumpen plus eine Umweltspumpe. Es ist ausgestattet mit LED-Farblicht. Sie haben hier jetzt auch Stereo dabei, also integrierte Lautsprecher auch im Pool. Ganz wenig Pflegeaufwand. Was ist die Quante? Also sie sind dabei bei Pools bei klassischen Zweisitzern ab 6,99 und geht hoch bis 25 in etwa. Also das ist dann wirklich komplette Vollausstattung, Premium-Serie mit Abdeckungslift auch dazu und allem drum und dran.